Freut sich, euch mitzuteilen, dass wir eine Verlosung für den Kinofilm Sur les Chemin Noir veranstalten. Um teilzunehmen, müsst ihr uns abonnieren, uns auf Instagram folgen und den entsprechenden Instagram-Beitrag kommentieren. Das war's. Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um unser Beileid und unsere Gedanken an die Familie und Freunde des verstorbenen US-amerikanischen Schauspielers Evan Ellingson zu richten. Ellingson wurde im Alter von nur 35 Jahren tot in seinem Zuhause in Fontana, Kalifornien, aufgefunden. Er war bekannt für seine beeindruckenden Rollen in Filmen wie »Beim Leben meiner Schwester« und der TV-Serie CSI Miami. Die genaue Todesursache wird derzeit noch durch eine Autopsie ermittelt und es wird berichtet, dass er in der Vergangenheit mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte, sich jedoch auf dem Weg der Besserung befand. Evan Ellingson hinterlässt eine vielversprechende Karriere, die leider zu früh endete. Bis bald, eure Emily.